Schau, da geht's schon wieder bergab. Mal schau, so schön. Ries und Merde schön. Ups. Siehst du, das hat sie ausgezahlt? Wahnsinn. Der Blick, hm? Das war woanders. Nein, nein, das war schade, das ist genau die Kuppe, die wir vom Lift aus gesehen haben. Ich glaub nicht. Doch. Doch, doch, ganz sicher. Aber da war irgendwo eine Schneekanone. Die kann man jetzt wahrscheinlich nicht sehen von da herum.